Liebe Vic, das Neueste von mir ist, dass ich urplötzlich als Nanny bei einer berufstätigen, alleinerziehenden Mutter mit zwei Jungs arbeite und im Norden von London wohne. Nina? Mögen Sie Kinder eigentlich? Was soll das? Wenn es nicht so wäre, wäre es dämlich, das jetzt zu sagen. Glaube ich kann ganz zufrieden sein. Hilfe! Obwohl mich der hübscheste Junge der Straße bereits für einen hoffnungslosen Fall hält, war nicht mein Glückstag als Nanny. Fischleise, Fischleise! Nina! Alles Liebe, Nina!